ich arbeite eine gewaft die man am besten ist willkommen zurück heute eine neue aufnahme ja ich bin abverdammte scheiße das soll die karte so jetzt leute ja ist ich bin nicht da wo ich letztes mal aufgehört habe ich weiß und zwar bin ich nicht sehr weit weg ich war dort oben bin jetzt auf der anderen seite wie ich darüber gekommen bin ich bin einfach am boden entlang gelaufen ja ich habe vergessen aufzunehmen ich habe vergessen auf den aufnahme knopf zu drücken aber dafür geht es jetzt weiter ist egal es war nicht so spannend das zeugs dort keine gegner gar nicht einfach ich bin dort entlang gelaufen hier müssen wir wahrscheinlich wieder was machen ich nehme das nur wunder was mal schauen ja doch klar muss man da was machen man muss einfach ach so man muss die scheiße hacken ja dann hack das ding mal ne jetzt muss ich mich besser achten okay dann wollen wir mal noch ein stock höher ach so jetzt weiß ich auch was mich da vorhin getötet hat ja leute euer ernst nein 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 ah digger nicht dein ernst man ey ich muss da kurz mal schnell was machen leute und zwar muss ich hier auf controller ich weiß nicht warum aber es war schon wieder auf verdammte scheiße ich hatte es doch auf 100 was soll die scheiße machen wir 90 weil 100 ist ziemlich schnell aber 90 ja schon viel besser ja die fotzen habe ich nicht mehr gesehen hacken dann schauen wir uns hier mal um Pulsar 1 8 sind in 10 minuten bereit ende verstanden 1 8 aufklärung haben sie mich gehört ich gehe jetzt zum landungsschiff wo sind sie sind unterwegs sie sind leichter runter 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 ich glaube wir müssen ja genau wir müssen darüber dann machen wir das jetzt auch ja jawoll hier gehts du jetzt seht ihr den weg zurück hier muss man über diese Brücke komm schon mach ne schlapp alter da ja 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 stimmt die machen natürlich nicht zu weil sie nicht wollen dass sie abhauen da hab ich euch Leute hab ich euch dann gehen wir jetzt mal hier hoch und ich bin dann gehen wir jetzt mal hier hoch nein leute nein 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 verdammte scheiße nein 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 leute nein 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 das war richtig scheiße was soll denn die scheiße ich als der schwere besonnen hat er dann genau so macht man das oh nee dein ernst digger dein ernst alter schwede ja dann würde ich nur sagen scheiße nicht so kalt und ob wir ja auch noch fleißstücke das ist gar nicht dein ernst alter schwedemann ja dann würde ich mal sagen wir greifen zu einer Herstellung in der Tiefe genau perfekte Scheiße ja 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 Oh jetzt raus hier raus hier Ich glaube, wir müssen auf dieses Teil, ne? Komm schon, Digga. Es läuft nicht hier falsch, alter Schwede. Geh da rein. Geh da rein. Geh da rein. Geh da rein. Aja, aja, aja. Na das ist mein Gott. Das hier fand man auf einem Laufwerk der ISC Cassandra. Sie gehört zu uns. Forschung. Streng geheim. Biowaffen hauptsächlich. Wir wollten Kontakt herstellen. Nichts. Die Crew ist wohl tot. Woran hat sie geforscht? Es sollte uns Einfluss verschaffen. Als Abschreckung. Verdammt, wenn die Helgas es haben, sind sie nicht aufzuhalten. Das wäre kein Krieg. Das wäre Massenmord. Teile der Infos, die sie gesichert haben, waren abgehende Funksprüche der Cassandra. Wohl Helgas-Codierung. Ich hab das Gefühl, dass sie sie geschickt hat. Dr. Hilary Massa, Projektleiterin. Sie will wohl überlaufen. Geh an Bord, mach das Schiff klar und steuere es in die Sonne. Es muss wie ein Unfall aussehen. Ein E-Bag-Team holt dich dann da raus. Wir sind nicht ohne Grund so vorsichtig, Lukas. Man würde es nicht verstehen. Daher weißt nur du Bescheid. Wir haben keine Ahnung, was dich erwartet. Sei vorsichtig. Pulsar Shadow 18. Schiff in Sichtweite. Verteidigungssysteme scheinen deaktiviert zu sein. Verstanden. Brich durch die Hülle und melde dich. C-12 nähert sich ISC Cassandra. Noch 50 Meter. Shadow Marshal, vorbereiten für Wildraumspaziergang. Auf mein Kommando. Angriffsgerät in Position. C-12 startbereit. Viel Glück Marshal. Angriffsgerät in Position. Okay, jetzt sind wir gerade im Weltall, ne? Achtung, Quarantäneprotokolle initiiert. Warten Sie auf Instruktionen. Der Left ist defekt. Ich suche einen anderen Weg. Roger, Alter. Luftschleuse versiegelt. Druckübertragung eingeleitet. Ausgleich abgeschlossen. Luftschleuse defekt. Außenhülle beschädigt. Untertitelung des ZDF, 2020